Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Modern Warfare 3 mit Christian, Jay genau und dem Peter. Hallo! Mein kurzer Gedächtnis ist halt nicht allzu gut. Wer war das noch? Wer? Ach Jay. Ich glaube wir spielen Modern Warfare. Wer ist denn Jay? Wer ist denn Modern Warfare? Spielt der mit? Ja. Ja, der Spieltag ist aber noch mal schießen. Modern Warfare und Roadmatch spielen. Ja, Enter. Ne, du hast Peter, du hast Sprachsteuer und du musst jedes Mal schießen sagen, wenn du schießen willst. Okay, das hatte mal ein Kumpel von mir auf der Lande, war sehr witzig. Headshot, 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 Headshot. Verdammt, Headshot. Dann reagiert es leider nicht. Da habe ich mit dem Aufnahmespackung mal zusammenspielen. Haben wir das mal auch gemacht, haben wir die gerockt. Ja, wir brauchen auch jetzt wieder. Darfst du mal mit der... Funktioniert nicht, Christian. Töten, töten, töten. Oh ja. Ich kenne die Map nur von unseren kleinen Gefechten mal, als das DLC rauskam. Da. Bei A, äh B. Bei A, B. Einer am Autor rumgeschlichen. Was auch schon ist... Oh, fuck, ich krieg auf den Sack. Der kommt. Der kommt. Der kommt da irgendwo hoch. Hm. Fick dich, du Wichser. Alter, du. Erst bei B. Scheiß die Wand. Der war bei A. Ja. Da läuft ja durch meine Klee und verreckt daran nicht mal. Boah. Das war natürlich, äh, scheiße. Na, Peter hat nur rumgelackt. Hm, deine Mutter. Go, go, Pete Smith, go, go. Hast du wieder in deinem Rektum rumgefummelt, Peter? Oder warst du so viel Scheiß an den Händen? What? Hast du viel Glück? Scheiß an den Händen heißt Glück zu haben. Ja, sag mal halt nicht, wenn man den Scheiße gepackt hat, hat man Glück. Wenn man Scheiße gekackt hat, dann kack ich auch mal rein. Ja, wenn man da reingepackt hat. Wer kackt denn den Scheiß rein? Hast du doch gesagt. Nein, wenn du mir da packt. Nein, wenn du mir da packt. Nein, packt. Nicht kackt. Wer packt denn bitte da rein? Hebst du mal einfach so einen Haufen auf, oder was? Wenn ich damit dann Hadi oder dich bewerfen könnte, werdet mir das wert. Das werdet ihr... Oh man, Alter. Natürlich werdet mir das auch wert, wenn ich Peter, Sepp oder Bram abschmeißen könnte. Hinter dir Bram. Links, Bram, rechts. Oh mein Gott, Bram. Ich sagte da liegen. Juhu! Du sagst als zweites rechts. Du sagst als zweites rechts. Du sagst als zweites rechts. Da vorne links. Scheiße, verloren, ey. Komm, eine Lackerrunde von Peter. Ja, jetzt ändert man Leute. Peter regelt es. Ich weiß, ich kann ja nicht spielen. Ich hab genau so ne schlechte Ping wie Peter. Da kann er wenigstlich keine Ausreden hier am Start haben. Atmen. Atmen, Atmen, Atmen. 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 Gott oder Top. Gott oder Top. Gott oder Top. Top-Turm. Schießen! Wieso klappt das nicht? Du hast einen komischen Akzent. Bei dir erzählt immer wie Schissen. Schießen! Tschüss, Leute. Oh, genau. Leute, bei mir hast du voll in die Wand reingezwirbelt. Der ist im Turm drin. In welchem Turm? Also ein bisschen zu rumzulabern. In welchem Turm? Alter, der erste Schuss, der war voll drauf. Echt? Bei mir hast du voll in die Wand gesetzt. Ja, ja. Die Wand kam blöderweise dann, aber ich hab ihn dann trotzdem getroffen. Jetzt wäre gestorben. Kannst du davon aus, dass die Wand ein bisschen Minusgeschwindigkeit rausgenommen hat? Okay. Ein bisschen ist gut, ja. Das Ziel zerstören. Bombe allein. Versch bei B. Am Brunnen. Auch da ist er so. Das Ziel zerstören. Das Ziel zerstören. Bombe allein. Am Brunnen. Am Turm. Auch da ist er so. Nein, bei B und Sports. Scheiße. Deren Spawn-Seite. Kam der an und ist nach B gelaufen. Boah. Fuck. Haben wir nice. Haben wir nice. Eiskalt durchgelaufen. Da hab ich Gott sei Dank Johnny's fail dick auf Kamera. Das ist doch der Wichtigste. Ja. Ja. Johnny's fail. Und die verloren Arbeit ist noch nicht vorbei. Bereit. Fuck. Oh ja. Da hab ich eigentlich irgendeine Klasse mit. Ne. Gurren und zerstören. So. Da, da, da. Da, 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 da. wie weil es hätte sie an als ob damit mitgekommen ist alles gut der ist auch bei mir sie nun bei den wir so am Brunnen gewesen einer Bühne und manche man kann er messen ja ich war gerade so mit Schönen das war Reflexschluss schönes Teil ping ping Ohja, hab ich dir gegeben Piet schon oral so wie der Marx ist. Hätt ihn mal nicht getroffen Peter, hätt ihn nicht so hoch gezogen. Hätt ihn ja kein Strich gefolgt Dennis. Ohja, bis zum Ziel. Ja, jetzt haben wir schon ein Let's Play übergreifende Insider hier. Ja, dann müssen sie halt alle Let's Plays gucken, damit sie die Witze verstehen. Ach, ist doch scheiße ich bin so schlecht gerade bei B Ja, der war da ganz hinten in den Toren. Ich hab irgendwas geflasht, Leute liegt genau hinter dem Spot. Scheiße. Der ist da hinten durch. Neu? Da tut mir leid. Danke Dennis. Da tut mir echt voll leid. Ja, ich hatte eh keine, äh, kein Flow. Ich hab jetzt nen dicken Flow, das ist mir gerade aufgefallen. Das ist doch schön. Aber was anderes? Siebener Abschussserie. Siebener Abschussserie. War ich letztes Mal auch? War ich letztes Mal auch? Wieder 2? Ja, du hast doch nur 6 Kills. Was? Und einmal defused. Ach, das stimmt. Das zählt ja auch. Und ein paar Mal geplantet, oder? Ja, das auch. Und danach bin ich glaube ich nochmal gestorben. Wo sind die? Mittig. Einer, der andere hat irgendwas an. Ich bin... Einer bald kommt. Das darf nicht wahr sein, ey. Ich bin über eine Ecke gelaufen und bin dann ins Wasser gefallen. Boah, hast du dich ablitzend für den Farsch? Wenn das da nix ist, kann ich ja nicht sehen. Hättest du ein Messer an müssen. Nee, das waren wir nicht safe genug. Der hätte sich bestimmt irgendwann umgedreht. Feige Sau. Die Feige Sau, die in den Rücken schossen wird, ey. Erstmal viel der Feige Stück Kackes. Ja, auf jeden. Ich hätte mich umgedreht. Ich bin zu feige. Feige Sau, lass dir gefälligst in den Rücken schießen, Peter. Alter, was liegt denn da so? Aufklärung droht online. Wir haben die Bombe. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Dingens drauf hab, ehrlich gesagt. Hast du nicht. Okay. Hast du. Nice. Leute. Habe ich tatsächlich. Die sind beide aber noch hinten. Nee, hast du nicht. Du bist einfach nur kür das Bild gelaufen. So ist es, weil die beiden noch hinten sind. Christian hat er nämlich dort nicht. Willst du einen Beweis haben? Leute, der steht oben. Deswegen. Da dachte ich was. Ich wollte gerade eine Samtex auf dich draufschmeißen. Nein. Da hat er getroffen. Habe ich richtig geil getroffen. Das Schöne ist, jetzt braucht der Bram nicht mal auf der Kamera zu haben. Weil jetzt. Dram nochmal. Leichter Dram. Das zieht man da zweimal direkt. Der war voll da. Ja, bis die Kugel da war, ist Christian da durchgelaufen. Ja, auf die Entfernung auf jeden Fall. Da braucht die Kugel voll ewig, bis sie da ist. Ja. Ich schaffte Christian auch ohne Probleme zwei Schnitte. Äh, zwei Schnitte. Du hast auch so eine Schnitte. Ja, ich weiß. Sind wir das nicht alle? Ach, eine Cobra. Wie nett. Ja, aber geil, wa? Auf jeden Fall. Echt fein. Ja, Spacken sitzt im Turm. Scheiße, bis dahinten kann ich mit meiner Waffe nicht treffen. Loll, und Christian kommt von rechts. Loll. Ich hab gerade auch zu tun gezielt. Jawohl, Christian. Wui. Mann, Christian, aber richtig sneaky. Was war das denn? Ja, dem erst. Oh, da war der andere. Na, das war der Christian Cheater. Please leave. Scheiße. Da war ich echt nicht so mega gut, sag ich mal. Das war nicht so geil. Ich mag die Map aber auch nicht. Mag dich nicht. Ach so, jetzt geht's schon los. Bla bla bla. Seht ihr, das ist ein Hammerfehler, was wir hier machen. Glaube ich nicht. Okay. Glaube ich aber volle Möhre, ey. Glaube ich volle nicht. Boah doch, auf jeden Fall. Und ich kann mit Alt mich nicht mal rumsehen. Mit Alt? Ja. Vor allem Jay mit seinem Ghillie-Suita. Da hätte ich auch am Daisy. Alter. Wo ist Christian? Christian kommt gleich und werde mich snacken. Ich hab Angst. Was? Sind die Mongos? Sind die noch hinten? Keine Ahnung. Neh, 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 neh. Egal, ich kämpfe jetzt bei A. Äh, B. Neu! 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 Ich! Das war ein Cheater-Kill. Ah, du Fick-Mongo, ey. Ja, aber voll kein Cheater-Kill. Du hast mich ja über den Radar gesehen. Nein! Ich hab dich nicht gesehen. Da lag doch rechts ein Radar-Teil. Ja, aber da zieht dich nicht. Echt? Ja, wusste ich's doch. Ich hab einfach nur Lack. Ich hab mich hier richtig coolen Fähigkeiten drauf. Das war dir von Anfang an klar, he? Das ist auf jeden. War quasi der Erector's Cut. Oh, da oben so. Ja, er ist da auch 100 Kong hinten, ne? Wie immer. Wer denn? Weil sie nicht einer von euch, der da rumgeampelt hat. Sehr wahrscheinlich. Stimmt, dass wir die Richtung gewechselt. Ja. Mach schön nicht hin, dass du bis dahinten werfen kannst. Unbedingt wieder... ...Springen auf Steuerung legen. Oh Gott! Wir sind alle noch hinten. Alle fünf! Alle fünf! Deine Wahlbeilkommen. Der andere aber auch da irgendwie B-Seite. Der kommt von hinten. A-Seite bei der A-Seite bei der A-Sport. Bei der schon wieder von hinten gekommen. Das hat echt ein bisschen Robo drauf. Christian Weißen hat. Das enger. Der kommt nicht vom Sporn aus, sondern ist eine Richtung A gelaufen. Und jetzt wahrscheinlich wieder umgedreht. Und jetzt wieder. Scheiße. Boah, wie weit der geflogen ist. Fuck. Was der für ein Sitz gemacht hat. Warum du mich nicht gemestert hast. Was? Ja, ich war irgendwie... Weeeeee! Suchen und zerstören. Egal, das ist überhaupt nur, als ihr gerade gesagt habt. Da steht dann auf dem Balkon, standen wir da beide nebeneinander. Ja, das stimmt nämlich. Deswegen hab ich gefragt, wen hast du denn gesehen? Nein, warum hab ich nicht gemestert? Außen am Brunnen. Johnny Snappert nicht mehr. Natürlich, ich hab vielleicht mit der B90. Scheiße, die hab ich nicht gesehen. Das ist gut oder nicht. Ja, bringt halt hier nicht auf der Scheiß-Map. Da hättest du aber noch warten können. Da hättest du nur einen Punkt für deinen Spezialisten haben können. Ja, stimmt. Hätte ich wohl. Außer hättest du noch 100 Punkte mehr gehabt. Aber gut. Da hättest du nicht mit der Bombe bewegt, dann hättest du den gesehen. Hättest du wahrscheinlich sowieso aufgehört. Ja, der Netzer aber trotzdem verloren. Aber er hat vielleicht die Chance gehabt auf die Punkte. Nicht ich. Aber Dennis. Oh, eine, eine Mitte. Das ist auch am Brunnen. Ich bin im Kreis gelaufen, sie dir her. Hast du mir die Eier gerettet? Ach, und dann kommt der andere da. Hast du mir die Eier gerettet? Oh, Scheiß. Boah, hab ich mich grad erschrocken, als ich Christian gesehen hab. Ich meine Maus rumgerissen hab und erstmal jumpen. Ach, so ein Skill-Scheiß nicht. Ja, ich mach mal voll der Skill-Scheiße. So ein Deutsch nicht. Boah, wir müssen da tun, ey. Ist gleich dann. Ja komm, weißt du, wir sind total nubig und jetzt steht trotzdem 6-6. Das spricht nicht für die. Was? Na, das stimmt wohl. Na, du hast den Weg verstanden, Peter. Hat nicht so viel Skill. Jetzt steht 6-6. Das heißt, wir sind alle gleich nubig. Ne, ihr seid immer 6-6. Genau, steht nur 6-6, weil wir grad richtig kacke sind. Ja, richtig. Dann sind wir Schenks geworden. Ach, wie schon wieder. Ich wusste doch, ey. Ich hab's ja wieder von hinten. Hast du da einfach so... Lol, die sind beide bei Bay. Das ist aber schlecht. Dann hab ich erst mal Christians Ding weggeslegt. Das ist ein scheiß Track-Marestradar. Lol. Ach du bist doch so eine Bitch. Das ist da gehen weg, das sind ja deine Punkte. Mal gucken, wie er umfällt. Ja, aber dann hat Peter seinen Spezi-Bonus nicht. Den braucht er auch nicht. Peter, den verlierst du eh nächste Runde. Alter. Das ist egal. Ach, Mann. Hat er zu viele Kissen vorher gemacht? Der lag da einfach nur rum. Seid auf jeden Fall. Jetzt sind wir nicht mehr gleich nubig. Jetzt sind wir nämlich besser als ihr Noobs. Ihr seid immer Noobs. Flash bei B. Ach, fick dich doch. Killt bei B. Da hörst du die Bombe, liegt direkt vorm B. Und da hinten ist Dennis. Oh ja. Das ist aber abfällig. Außer es ist noch Richtung Spur. Also sie kam an. Nein, der ist eher so schön gegen die Wand gefangen hat. Ja, ich war rot und verwehrt und ich nicht. Unter Panik. Vor nicht rot. Und Gott. Sitzte irgendwo in der Ecke. Ja, nicht bewegen. Dieses Scheiß Map hat keine Ecken. Da gehe ich nicht hin. Ne, das ist mehr zur Dorf gar keine Ecken. Die ist eh 100 Prozent rund. die ist eindeutig rund das ist so eine Nesca Strecke ja da hinten ist der, oh scheiße, wo war der denn? hab mich nicht bewegt, da hinten ist der, oh scheiße, du hast dich bewegt, du bist einmal aus meinem Zielfeld draus gesneakt ja ich bin da hast du Scherz piep 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 du hast Attentäter, du hast Attentäter mhm mhm da bin ich und da kommt er da kommt er oh shit wie lange ich die angeguckt hab siehst du, diese Map hat keine Ecken scheiße das darf nicht wahr sein oh mein Gott ich wusste von wo du kommst, ich versagt habe, das darf nicht wahr sein ich hatte erst vor, als du piep 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 gesagt hast, da bei B rein zu laufen oh scheiße das war nicht gut das war echt nicht gut das war echt nicht gut ach ach das ist doch zum Affen Ficken mit der Seite Ach... Piep! Piep! Was ist der bei B, wenn der nicht Piepen hat? Piep! Piep! Jetzt müssen wir nicht die Bombe holen kommen, ich sag mal öde. Nice. Richtig, ist gerade noch dir vorbeigelaufen oder standst du die ganze Zeit hinter mir? Ne, wir sind per Zufall gleichzeitig um so eine Ecke, da du mich genau nicht siehst, siehst du? Scheiße. Weil ich stand nämlich erst links in der Ecke und hab sogar in die andere Richtung geguckt, teilweise. Hast du dir direkt fünf neue Arschlöcher geschossen? Ja, steht Peter drauf mit seinem Strich, ja. Oh je. Kann nicht wahr sein, ey Johnny, was machst du denn da, 15? Du hast eigentlich gut angefangen, ich glaub Jay hat aufgehört zu snipern, deswegen. Kann nix anderes außer Snipern mehr in dem Spiel, glaub ich. Ach, da sitzt der. Nein! Jetzt sollen wir nicht planten, oder? Schnuckiputz. Oh nein, wieso vergess ich denn immer zu messern, verdammt! Das war nice. Ich hab nix gesehen. Da hat man sogar noch beides auf. Das nenne ich Reaction. Ja, Renekton nennt's das. Ja, Renekton. Da hab ich grad den Wirbel gemacht, hast du gesehen? Ja, hab ich gesehen aber richtig aus. Ich hab grad noch Ulti gedrückt und dann ging's ab. Hm, was so ein Vergleich, wenn du dann Ulti drückst. Peter sein Ulti drückst, dann sitzt er auf dem Port erst mal zwei Stunden, kommt er nicht mehr weg. Haha, wie Nunu und dann gibt's die Explosion. Ja. Peter, 34,60, oder? Was ist los? Oh, das war nicht so. War ziemlich geil. Was sind die denn? Irgendwo bei A hat er noch nicht geschossen. Oh, 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 oh. Danke, dass du mir sagst, wo mein Teamkollege ist. Ja. Hab ich bestimmt nicht dir gesagt. Nicht? Oh. Ach, scheiße. Ich mein, ihr könntet man so schön glitschen auf der Map. Hm. War einer hat mich von unserem Spawn ausgekillt. Was geht das denn? Ist ja unglaublich. Unglaublich. Fick dich doch. Der ist ganz außen. Auf deren Seite von dem Turm. Okay. Aber doch weiter ist schon gut. Oh, 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 da kommen die dicken Gäner. Ist auch schon spät. Hm. Das ist wahr. Oh, ja. Die Frage ist jetzt, wo ist der Christian? Aha. Eiskalt. Scheiße, wer ist dein Scheiß auf alles? Scheiße, ey. Welchen Weg bist du gelaufen? Bist du bei B gelaufen? Ja. Ah, fuck. Den einzigen Weg, den ich natürlich nicht im Auge halten konnte. Alter, stopp mal 6.6. Da steht 7.10. Wird gar nicht klar. Ja, komm. So, jetzt haben wir Konzentration und dann läuft das. Na, ist klar. Ich muss nochmal pupen. Oh mein Gott. Oh, der war aber laut. Das weiß ich leider nicht. Ja, ja, ja. Null. Bei B. Oh mein Gott. Ich hab mir das so beigelaufen. Ey, weißt du denn bitte? Teddy Bombe? No, lo, lo, lo. Ja, der war am Plenden. Oh Gott. Ich muss erst die Steuerung umstellen. Das hab ich mich schon wieder hingelegt. Der war doch gut. Der hat der Bram mich wieder fast gelegt. Ja, mach ich nicht mit der Absicht. Da geh mal der Punkte weg. Musst du Fehler ja noch kriegen. Ja, dann nimm du mal die Bombe. Wir müssen aber was verändern. Ja, alles klar. Was sagst du, gehen wir durch die Mitte? Ja. Na, ich glaub, wenn du halt möchtest, Jay. Möchte ich. Ach, dann kommt der andere auch. Beide ganz außen bei A. Oh! Ach, der ist auf dem Balkon. Böde Spacko. Der hat seine HE schon weggeworfen. Scheiße! Da war da auch nix nice dran. Du musst auch noch ein paar snacken, wenn du noch wenigstens weiter vorbei willst. Da war nur noch 15 Babywurf war da, ey. Na, der Tag reicht. Na gut, komm, jetzt machen wir nochmal den Sieg aus. Ja, lass mal derzeit rückstehen nochmal große Fresse. Find ich gut. Doch, doch. Ja, find ich auch gut. Ja. Handgranate! Oh, der kämpft da. In der Mitte bei denen noch. Rechts war der andere. Der ist noch bei denen hinten gewesen. Auch Richtung Scheiß. Wir waren genau am Turm. Malde. Peter noch da? Ja. Peter ist... Peter... Ist dann sein Stick gekommen. Achso. Oh, ja. Scheiß, ich will jetzt nicht verlieren. Ich will jetzt. Ich glaub ich hab nen Leck gehabt. Und der oder? Und der? Aber geil. Die Top Qualität gerade. Sag kurz wo du bist, dann check ich ob du leckst hast. Ja, Buddy Timed out. Echt jetzt? Nee, Muni. Nee, Muni. Buddy in your channel time load. Nee, Muni. Und der entscheidende Spiel ist ja super. Und da ist Peter raus. Das ist natürlich hammer ätzend. Da ist Peter wieder. Peter ist im TS wieder? Oder wo ist der? Warum mehr lang? Weil du sagst, das Kamerade body entert your channel. Also muss Peter eigentlich wieder im TS sein. Wieso mit Johnny? Der gerade ganz trolle ist. Nein, ich bin da. Ja. Guckst du. Hammer nice. Das ist natürlich jetzt echt hammer. Hammer. Toll, weißt du, wir hätten das auch klar gewonnen. Ja, aber jetzt sagt natürlich dann Peter und Christian. Ja, aber weil Peter nicht da war, haben wir gewonnen. Ja, bla bla bla. Ja, das ist natürlich jetzt echt... Na komm, dann werden wir das kurz noch. Auch für die Zuschauer. Auch wenn Peter jetzt leider nicht da ist. Ja. Na, machst du nix. Ist halt nur bin ich halt in Köln. Alter, von jetzt auf gleich. Ist auch meine Verbindung. Ah! Tschüss. Also, sagst du so. Oh mein Gott. Die ist echt gesprächig. Jetzt bin ich komplett rausgeflogen, bin ich. Hört ihr mich? Ja, wir hören dich. Ja, jetzt hören wir dich. Peter, du musst halt Kabel auch in den rechts stecken. Also... In den rechts? Ich bin rausgekommen komplett. Ich stehe zehn, sechs. Nö, zehn, sechs. Ja, genau. Ich stehe zehn, sechs. Ich stehe zehn, sechs. Jetzt bist du der Beste auf dem Cyber, Peter. Äh, Dennis. Oh, ja. Hm. Er wartet jetzt natürlich das letzte Spiel. Ja, klar. Würde ich auch tun. Na. Und ich bin so fair und warte sogar auch. Damit Peter hat zumindest die Möglichkeit wieder drauf zu kommen. Ich kann nur Verbindung zum nicht herstellen. Boah. 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 Na dann nicht. Dann sagst du, dann müssen wir gleich noch eine richtige Runde spielen, nochmal. Na, mich auch für. Ja. Lol, der hat mich am Balkon gefickt. Von wegen erwartet. Warum soll ich erwarten? Ich hab nicht damit gerechnet, dass Peter nochmal wiederkommt. Am Arsch, Jumbo, du triffst mich einmal. Bei mir hab ich irgendwie öfter getroffen. Nein. Du hast mich, bevor ich an der Hecke war, nicht einmal erwischt. Jetzt. Und dann ein paar Mal. Und dann war ich schon tot. Und dann war ich schon tot. In der Hecke wehrt irgendwie jede Kugel ab, oder wie? Da war ich schon tot, als ich hinter der Hecke war. Ja. Da hab ich doch zwei Schiffe. Okay, jetzt steht 11-11. Gucken. Oh, plötzlich hattest du irgendwann eine große Fresse. Falsch, steht 11-11. Da sind alle Chancen da. Ah, die Chancen sind auf keinen Vergleich. Weil ich sehr schade finde, weil Match war an sich doch ziemlich spannend. Nur weil Peter so ein Loop-Internet hat. Ja, hat Peter absichtlich gemacht. Wow. Ja. Und dann sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen. Schade, dass es so geendet ist wegen technischer Probleme. Haben wir würde. Aber naja. Machste leider nichts. Vielleicht sehen wir uns aber nächstes Mal in einem vollkommenen Spiel mit Peter dann wieder dabei. Also bis zum Ende dann auch. Bis zum totalen Ende wird er dann dabei bleiben. Ja, Christian hat's gut gemacht. Alleine 12-11. Mein Gott. Nicht so schlecht. Echt mal. Haut rein. Ciao.